Mir erzählen immer wieder Zuschauer, dass sie sich ein PC kauft möchten, sich aber davor scheuen ihn selbst zusammenzubauen, da sie befürchten womöglich Fehler zu machen. Vor allem bei hochwertigen Komponenten wie dem Prozessor schrecken viele Leute zurück und haben Angst etwas kaputt zu machen. In diesem Video werde ich dir Schritt für Schritt erklären, wie du deine CPU problemlos und ganz einfach einbauen bzw. austauschen kannst. Let's go! Mit Hilfe dieser neuen Playlist möchte ich Nutzer bei ihrem PC-Bau unterstützen, indem ich die einzelnen Einbauschritte der wichtigsten Hardwarekomponenten nach und nach einfach und verständlich durchgehen werde. Heute soll es also losgehen mit dem Prozessor bzw. mit der CPU, also dem Herzstück des PCs. Das Gute hierbei ist, dass sich quasi jeder Prozessor gleich verbauen lässt und sich der Einbauprozess somit gar nicht unterscheidet, egal ob ihr nun einen Intel- oder AMD-Prozessor verbauen wollt. Der eigentliche Einbau verläuft also prinzipiell immer gleich. Bevor ihr jedoch loslegt, gilt es selbstverständlich die einwandfreie Kompatibilität des Prozessors sicherzustellen. Hierbei müsst ihr vor allem den Sockel und den Chipsatz des Mainboards beachten. Wenn ihr euch hierbei noch unsicher seid, verlinke ich euch hier ein Video in der Infocard, wo ich euch erkläre, wie ihr einen passenden Prozessor finden könnt. Ist die Kompatibilität nun sichergestellt, geht es nun also endlich an den eigentlichen Einbau des Prozessors. In diesem Video verwende ich beispielhaft den Ryzen 5 2600 und das Asus B450F Gaming Motherboard. Aber wie bereits soeben angesprochen, lässt sich diese Anleitung auch auf andere Prozessoren problemlos anwenden. Zunächst öffnet ihr den Sockel des Mainboards. Das geschieht in aller Regel über einen kleinen Metallbügel rechts daneben, über den ihr den besagten Sockel ganz einfach öffnen könnt. Im Anschluss könnt ihr euren Prozessor einsetzen. Hierbei gibt es eine Sache ganz besonders zu beachten und zwar die richtige Ausrichtung der CPU. An einer Ecke des Prozessors befindet sich ein kleines goldenes Dreieck. Dieses Dreieck findet ihr ein zweites Mal an einer der Ecken des CPU-Sockels, auch wenn es hier nicht unbedingt in Gold sein muss. Habt ihr die Markierung gefunden, so richtet ihr den Prozessor so aus, dass diese beiden Ecken deckungsgleich zueinander sind. Setzt die CPU nun sanft in den Sockel ein, dabei müsst ihr keinerlei Druck ausüben, sondern den Prozessor mehr oder weniger in den Sockel hineinfallen lassen. Im Anschluss könnt ihr den kleinen Metallbügel wieder herunterdrücken und die CPU somit verriegeln. Sollte es passieren, dass der Prozessor nach dem Einsetzen noch locker ist und somit nicht richtig im Sockel sitzt, dann holt den Prozessor wieder heraus und probiert es ein zweites Mal. Jetzt wo die CPU anständig im Sockel sitzt, könnt ihr weitermachen und Wärmeleitpaste auftragen. Danach montiert ihr euren CPU-Kühler und versorgt diesen und natürlich auch den Prozessor mit Strom. Dafür gibt es entweder einen vierpoligen, heutzutage häufig sogar einen achtpoligen Stromanschluss aus dem Netzteil. Der Stromanschluss für die CPU liegt in aller Regel vom Sockel aus gesehen oben links. Jetzt habt ihr alle gesehen, es ist wirklich kein Hexenwerk einen Prozessor einzubauen. Wenn ihr all diese Schritte befolgt, braucht ihr keine Angst zu haben, irgendwelche Fehler zu machen. Zu dieser Playlist kommen, wie bereits am Anfang erwähnt, noch weitere Einbauvideos zu weiteren Hardware-Komponenten. Lasst gerne einen Daumen nach oben und ein kostenloses Abo da. An der Stelle wünsche ich euch noch einen wunderbaren Tag. Haut rein, macht's gut. Bis zum nächsten Video. Bis dahin. Ciao, ciao.